Ey, Johnny ist da, er hat nen Ball dabei. Hey, 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 hey. Bruder, was macht der da, Mann? Er sucht einfach den Ball. Das hat das Grote, Mann. Du darfst lachen, Mann. Soll ich den Ball wieder mitnehmen? Aha, hab ich mir gedacht. Also heute die Klappe, Mann. Ey, Jungs, Jase, hör auf zu lachen. Jungs, einfach spielen, einfach spielen. Soll ich nach Hause gehen? Jungs, seid leise, wir haben nur einen Ball. Leren Sie auch nach Hause gehen, Mann. Das reicht nicht. Hey, Bruder, hingehen. Nehmt ihn die Ball weg. Jungs, los geht's, Mann.